servus und willkommen zu einer neuen folge von zblog infaktorio ja ich stehe hier gerade vor meinem kleinen kohlebunker und bin gerade geschockt also wir sehen gerade 41.000 da hat er jetzt drin ich nehme mir mal ein bisschen kohle raus ich hätte gerne eine sortierungstaste gibt es bestimmt auch noch oben einfach wieder an vielleicht bin ich auch gleich wieder ein kohle zurück so wir waren ja hier unten und wir haben ja jetzt die ganze produktionslinie von mineralized worte angefangen klar wie gesagt man darf nicht vergessen die produzieren gerade nichts nach also das wird nicht besser von denen da wobei ich kann aber dichter reinschmeißen dann kannst du wieder etwas produzieren so wir brauchen als nächstes noch mal einen liquid feier das wird er da denn wir möchten ja jetzt noch die zweite komponente nach oben bringen dann brauche ich jetzt hier nein wir stellen jetzt erstmal die maschine auf nummer 9 bitte danke ich stellte ich erst mal so hin denn wir möchten ja dass er mir aus charcoal und dampf nein kannst du das noch gar nicht moment ich muss mal schnell eine kiste aufstellen vor allem auch mal die kisten wieder hinzutieren danke danke ich möchte ja eigentlich herstellung ich möchte eigentlich carbon dioxide herstellen und das mache ich im liquefeuer ich blech blöd ich schaue mir mal schnell noch ein chemical plant an wir bauen uns jetzt einfach mal maschinen auf probe ach da sehe ich doch hätte mich beinahe gebissen aber ich schaue mir trotzdem die andere an weil ich habe gerade was gesehen das heißt wir gehen noch mal in den maschinenpark danke chemical plant du kommst mal da rein wir stellen das mal daneben und zwar du kannst auch das aus carbon herstellen du brauchst jetzt dafür herstellungs dauert zwei sekunden und machst 50 und du herstellungs dauert zwei sekunden max auch 50 dann hätte man gesagt lassen wir zerstehen jetzt dann das machen so die kiste muss noch mal da weg während blödsinn das heißt jetzt du machst wieder dein vergnügen und gehst da rein dann haben wir auch hier machen wir jetzt wieder dass selbe spiel wobei mir hier eigentlich einer ein doppelter reicht nee dann mache ich auch jetzt einen dreifachen und einen normalen möchten wir ja auch so machen so dann gehen wir wieder auf unsere pipes 45 pipes könnten sogar noch zu wenig sein produzieren wir mal noch ein paar bitte und vor allem ich brauche diesmal auch ein unterirdisches 1 da denn ich möchte sozusagen hier ankommen so und jetzt ist dann mein mein ja ich muss auch ja das ist jetzt wieder das ja was ich meine wenn ich jetzt natürlich hier ankommen und ich gehe es dann hier hoch und willst dann natürlich seitlich ausladen also das heißt die klare zeitlich hier aus und seitlich hier aus brauche auf jeden fall strom dran sehr schön dass ich jetzt schon mal das erste einfach mal so wie es aussieht in den himmel schießt muss ich aber machen weil ich muss den umstellen du kommst auch gleich weg danke so dann heißt es jetzt für mich ich brauche jetzt hier ich muss mir erst ich muss mir erst gib dich hier mal jetzt ich kann nicht hin schieben dass ich das sehe dahin so dann bin ich jetzt auf jeden fall im bereich drin okay so dann machen wir jetzt dann hier das t stück rein und aus dir machen wir die nummer zwei so und ich brauche dann noch mal ein zweites t stück du kommst jetzt dann hier hin gehst bis dahin und dann habe ich hier ein rohr und das ziehe ich jetzt soweit es geht nach drüben dann nehme ich jetzt dich und gehe soweit rüber okay dann haben wir ja gesagt wir haben den tank als t gebaut jetzt einmal der wird sogar ein vierfach sein dann mache ich dich 12 ich mache das dreifach gut dann brauche ich jetzt als nächstes mal einen tank dann kommst du auch gleich hier hin und jetzt kommen die pipes dran da eins da eins und dann kommt bitte noch eine kurve drumrum so und jetzt haben wir auch hier einen kompletten plan bis dahin so jetzt produziert er mir auch schon die ersten paar sachen so dann gehst du auch gleich hin wir machen gleich wieder den ausgang nach oben und dann produzieren wir mal bitte nochmal paar pipes und dann gehst du gleich und gibst sie so ab nein ich muss das umbauen ähm und zwar ich baue hier die pipe hin gehe komplett parallel nach oben ich muss den ja noch lassen dann klicke ich jetzt auf dir drauf und sag zu dir ähm von äh ne das ist egal reinfüllen glaube ich tut er immer nochmal 5 so genau und jetzt gehe ich hin und sag zu euch das ist ja mir egal aber du gehst jetzt hin und gehst nach unten und du gehst jetzt hin und gehst nach oben genau genau so das heißt du produzierst jetzt wie ein weltmeister äh grüne Sachen und es geht auch äh so wie ich schon gewollt habe gut dann heißt es jetzt äh dann klemme ich jetzt dich auch ab vom wasser wenn das äh noch zweimal durch ist dann ist der auch weg ähm das mache ich jetzt auch mit dir und mit dir dann kann ich die schon mal komplett beiseite räumen so dann kann ich das da jetzt auch noch wegräumen dann kann ich sie abreißen auch nicht hält nehmen ok ja dann mach ich muss die erst äh komplett in leeren ja genau man reißt zuerst alles ab und dann fängt man das denken an das ist mal wieder drag like so dann äh brauche ich auf jeden fall wieder ein t-stück das t-stück kommt hier hin die pipes kommen ich hier hin jetzt bin ich mal gespannt in was für einer rasenden geschwindigkeit er mir die kohle da durch brennt okay ähm rasende geschwindigkeit ist gut also er hat nicht mal einsteck geschafft bis jetzt ich sage ich muss halt dann hier immer drohne spielen damit es halt passiert weil ich die äh wie ich das dann alles mal irgendwann macht noch keinen blassen grundstab ob ich mir da so ein hauptweg wieder bau so und du bist fertig das heißt ich kann dich abreißen dann kann ich dich abreißen und ich kann das abbreißen und ich kann das abbreißen und ich kann zu meinen forschungsstationen gehen jeder reinschmeißen da kann ich meine dampfmaschinen bauen dann entleeren wir mal den da und das dasselbe machen wir auch hier dann kann ich ja auch hier nochmal den da reinschmeißen in der in der lieferservice von faktorio merke ich gerade so produziere mal ok auf jeden fall kommt jetzt dann gleich mehr raus das problem wird halt sein dass das ja ok wobei hey es sind die bänder es sind die bänder was ich bin ich der meinung die zu langsam sind ja aber wie gesagt der haut jetzt halt ähm 40 stück 50 stück raus ja und die braunen algen sind weg und der haut 25 raus und hab noch fünf frauenalgen dabei so ok dann hätte ich gesagt wir nehmen jetzt den da ja ich stelle mich mal bisschen woanders hin dann bauen wir ein zweites t stück das kommt wieder dahin und wir gehen geradeaus weiter das heißt der macht jetzt auch das mein problem wird jetzt sein dass die pipes es kommt nichts an klar als verkehrt rum ist kält gut dann heißt es jetzt auch für mich hier das kommt dahin das kommt dahin dann gehst du jetzt nach oben dann bauen wir jetzt das wieder parallel schlimmer wird nur sein was jetzt da an massen kommen die über dieses kleine band laufen sollen also ich befürchte ja dass es gleich komplett überlastet ist ja das heißt ja wir müssen halt schauen dass wir jetzt so schnell wie möglich an die anderen sachen rankommen so das heißt wir klemmen jetzt aber alles ab das heißt wasser gibt schon nicht mehr die dürften auch nichts mehr produzieren ok dann heißt es jetzt für mich ich brauche auf jeden fall ach so ja klar ich habe es ja gerade abgerissen dann kommst du auf jeden ja genau dann machst du das bitte so danke dann brauche ich jetzt von dir das so und du so ok dann machst du auch das das gedreht das gedreht perfekt dann brauche ich 4 t stücke machen wir erst die oberen und so weit weg dann machen wir die untern ich hoffe halt dass der genügend produziert dass wir auch alles anschließen können aber hier haben wir meine befürchtung dass das meistens nicht so ist so das heißt wir haben jetzt schon mal das wir haben schon mal das dann kann ich zudem noch sagen machen wir das bitte so dann kommst du dahin und du kommst dahin nimmst da raus nimmst nimmst da genau nach unten und bitte immer nahe legen dann hört euch jetzt auch so nach unten und 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 fast so dann hätte ich gesagt dann kommt dann hier mein strommast hin und dann habe ich jetzt genügend ohre ich muss meine hauptlinie verlegen das heißt ich schließe ich noch gar nicht erst an Alter die witz gar also jetzt laufen drei stück auf der neuen auf dem neuen äh segment da kann ich mir ja fast schon überlegen ob ich mit zwei hochkomme bis ich die also die sind schneller muss es so machen to be sorry das schöne ist der produziert er immer noch obwohl ich den wasseranschluss unten abgerissen habe ja aber es müsste genügend wasser drin sein ich soll noch so lange produzieren wie sie können und jetzt kommen jetzt kommen die nicht mehr hinterher schön also die drei stück da unten hauen gerade viel mehr von dem grünen zeug raus als die restlichen fünf schön top ich bin ja mal begeistert ich muss auch schnellere bänder so okay dann heißt es jetzt wir haben es dem bereich geschaffen ah okay inhalt des rohensystems 25.000 inhalt von p durch im small inline tank 18.000 wir haben auf jeden fall ein bisschen was auf lager so er aber auch schon ein bisschen kohle durchgebraten das heißt wir haben jetzt verbraucht circa 600 kohle wir haben ja oben die reihen rausgenommen er hat leider in der zeit 867 stück produziert also das heißt ich habe immer noch 200 plus ist ein bisschen was das problem ist ich muss halt hin und her laufen wie gesagt irgendwann wird kohle produktion zentralisiert und ihr kennt es ihr kennt mich so okay das lustige ist ich produziere von dem zeug momentan nichts nach weil ich die noch nicht angeschlossen habe das heißt wir gehen jetzt muss ich mir mal schnell die pipes nochmal genau anschauen ich habe da einen außer die herstellungsdauer wieder irgendwo ein durchfluss drin fassungsvermögen da steht wenigstens ein fassungsvermögen drin fassungsvermögen 100 100 100 100 also es sind nur verschiedene farben und material also das fassungsvermögen werde ich erst mit dem anderen mod was ich reingepackt habe noch erhöhen das wird witzig also kupfer haben wir gesagt ist wasser ich produziere hier momentan noch wie ein weltmeister an dem zeug das heißt jetzt für mich wir müssen jetzt mal schnell das wir müssen jetzt mal schnell das dann sind fast austauschen dauert nur drei jahre und somit habe ich die auch alle abgeklemmt das heißt wenn jetzt die alle weg sind kann ich sie abreißen vor allem müsste was richtig hervorragend ist ich habe natürlich dadurch dass ich die ich die hier so nah gepackt habe ja totalen schwachsinn gemacht muss ich auf muss ich muss ich muss ich ändern er hat die forschung fertig sehr schön dann machen wir jetzt als nächstes dann den heizkessel nee so ich habe ich weiß ich habe 24 von den pipes dann machen wir mal machen wir das mal alles weg danke so dann heißt es ja habe jetzt dann hier macht das jetzt mal alles weg nochmal die sind immer hier und die sind immer hier das ist also sozusagen gespiegelt so dann mache ich das so dass ich dann da komplett in der mitte raus geht mit den pipes mit den bändern so ich möchte auf jeden fall drei haben und gehe dann hier nach oben und gehe dann hier nach unten und okay so dann brauche ich natürlich meine knick arme wie gesagt müssen ja gespiegelt werden du gehst kommst von unten kopieren du kommst auch von unten kopieren danke das heißt jetzt sie können schon mal hingehen und dann kann ich die ganzen pipe sie auch schon mal wieder ab montieren ich baue dann eigentlich stahlpipes einer der wo nicht mehr weiter mit seinem stahl machen soll das ist ganz exklusives material das läuft nur durch stahl durch okay dann heißt es jetzt von mir ich brauche jetzt ich werde das auf stein lassen ich werde die wirklich auf stein lassen ja wobei ich habe mir ich produziere irgendwann mehr eisen als stein ist leider mal so also das heißt wir produzieren jetzt mal davon wirklich knallhart 100 stück hau drauf mach hinne wir brauchen so die kreuzungen machen wir auch 10 und davon machen wir auch 10 dann haben wir das schon mal alles in der täsch und dann 30 40 50 weil die forschungen gehen nicht weiter ich brauche neue päckchen und da ich noch keine produktion habe für die forschung muss ich es in der hand machen was die alle so nebenbei macht denken und basteln gleichzeitig ist doch schön so das heißt die kommen jetzt raus gehen jetzt rüber so dann heißt es jetzt wir haben eine eine oxygengase und hydrogen gas was jetzt kommt und slack slack wird schon abtransportiert das heißt ich brauche auf jeden fall noch mal von dir ein elektro leise das heißt wir gehen jetzt erst einmal hin und ich habe doch noch welche darum da kommst du dahin ich stelle den jetzt erst einmal für mich provisorisch dahin damit ich überhaupt weiß wovon ich rät ja sehr schön das heißt ich komme 1 1 2 3 ich komme nach unten das haben wir ja hier auch wir möchten das ja spiegeln da kommst du dahin das ist klasse ich bin auch hier genau wie das so dass ich genau an der pipe keinen strom habt klasse euer nicht ich habe kein mod drin dass die dinger strom brauchen gibt es auch weiß ich nein kommt nicht rein so dann kann ich jetzt schon mal in auftrag geben dass er mir auf jeden fall auch noch 10 knickarme bauen soll und jetzt kann ich wenigstens einen elektro leise mir holen und sag andersrum ich will den nur haben ich will den nur haben damit ich schon mal alles habe so die andere frage ist natürlich jetzt hier ich schaff der da unten des genügend zu produzieren ich vermute nein dann müsste ich jetzt eigentlich hingehen und sagen okay wir gehen nach oben und baue hier oben noch einen zweiten auf der dann nach oben geht dann kann ich dann hier in der stelle anfangen das material zu splitten dann hätte ich auch eine vernünftige sache was ich hier hin baue das heißt ich baue den liquifier ab bau das zeug ab dann kann der jetzt noch die kisten voll machen dann ist alles paletti und in der zeit reißen wir mal die ganzen pipes ab dass wir hier mal ordentlich das dann aufbauen können wir haben auf jeden fall noch genügend material zum verarbeiten und ich habe jetzt schon mal genügend pipes über 100 stück es ist super so apropos dann produzieren wir doch bitte auch da fünf da fünf dann müsste ich jetzt eigentlich auch genügend haben machen wir davon nochmal welche so stone pipes habe ich jetzt 54 ich merke gerade ich habe viel zu viel gedöhnt mittlerweile in der in der tasche so das heißt ja jetzt du machst du das dasselbe wir machen es kopieren dann bin ich mir auch sicher dass es richtig ist und dann wirst du gedreht weil auch hier weiß raus hier rot raus so dann haben wir wir wollen ja hier kommen die t kreuzungen hin dasselbe habe ich hier auch hier vor mist und jetzt baue ich noch den käse auch ab ich will nicht die ganze zeit spazieren fahren der einzige nachteil ist halt wenn man sich einmal bei dieser pipe verbaut hat muss man halt nochmal eine bauen wir haben das gebiet jetzt auf jeden fall schön bereinigt wird dann gibt es hier keine gas vergiftung weil die hätte der schon was der gerade an pipes abbaus wo schon flüssigkeiten drin sind oder gas drin ist was ich mir halt überlegen kann ist ob ich die stone pipe dann doch nee habe gesagt also stone kann ich dann mal irgendwann verwenden für für kleinigkeiten wobei ich mittlerweile schon der meinung bin dass die kleinigkeiten ziemlich groß sind ich bin jetzt gespannt wie viel pipes das ich gleich haben wir ich habe 85 stück und ich habe einen dach schaden aber das wissen wir ja schon dann baust du es mal gut dass da alles ab das muss alles weg es schaut ja nach nichts aus hier was nach nichts ausschaut kommt weg so das heißt jetzt wir haben schon mal das t stück hier fertig das heißt du gibst das auf jeden fall hier drüben ab das macht er dann auch dann brauche ich auch hier ein t stück und ich brauche auch hier unten ein t stück dann kommst du hier hin und gibst das da ab wow ich kann mir zwei stück davon bauen ich brauche eisen aber richtig viel ich hoffe dass die reichen ja gut dann kann ich ja nochmal an dem ding da vorbei latschen und zu ihm sagen er soll mir doch bitte 40 eimer herstellen dass ich das zeug weg krieg das sind jetzt schon über 200 seiten papier ja kann man brauchen lieber haben als brauchen oder wie war das so geben wir papier ab danke und lassen wir die behälter da mehr danke so aber wir haben hier oben angefangen dann hören wir auch hier oben auf denn die zeit ist schon wiederum oh mein gott dann wünsche ich euch noch viel spaß beim weiteren video gucken und wir sehen uns wieder das nächste mal bis dahin ciao ciao